Ich hab noch ne Sauerstoffmaske auf Ja, weil das irgendwann ist das auch alle, wenn es auslässt Sauerstoff, dann stell ich mich halt einfach auf so ein Feld drauf. Fertig Oh ja, genau Weil irgendwie viel Mil dazu gekommen ist jetzt, ne? Eine nur, oben links Boah, jetzt hab ich wieder raufgedrückt Laserzellen sind neu zugekommen, was anderes aber nicht Oder irre ich mich? Ne, nur Laserzellen sind los Alter Also ist nicht viel, einer Ja Boah, alter wie geil Könnte man keine Screenshots machen? 3F12, ne? Also nicht Daptwarp Daptwarp, kann ich? Hm? Ich weiß ja nicht, was du noch machst Kaufen So Fischen was Nicht, dass jetzt jemand ne Metall dazu mögt Ach Quatsch, oh Token Was haben wir, was haben wir für ne Geschwindigkeit? Äh... Feuerrate Ist auch immer gut Ist ein Duell, oder was? Ja, glaub ich schon Oh, stopp Ich will Waffe wechseln Kannst du schon anfangen Ich drehe mir die Luft aus Äh... Ich drehe mir die Luft aus weg mit schön was war das ich weiß gar nicht was das für die fähigkeit war du warst am leben und ich war direkt tot ja aber gib mir bitte mal ein schild wieder wo doch zeit machen so wenig schaden boah noch so eine kleine alter also ach ja die kiste mit der laufung barbom aber die den geschenk da gelassen weil ich glaube ich nämlich pistolen nämlich nehmen muss immer so ein kleines geschenk da gelassen da komme ich ja meine noch mehr der platz 8 kommen hier ernst auf total vorsicht ich kann nix dafür das vorbei nein noch nicht 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 jetzt oder alter das ist doch gemein wenn du mitten im kampf ist es beim gegner ganz gut was ich gerade gemacht habe waren wir mal gewechselt ja das habe ich auch ganz gut gemacht die sind aber heftig die waffen also so ich sag mal im gegnerkampf kurz zum endgegner ist es eigentlich ganz geil ich sag mal so ein mg oder so und mal das ende war fast und das selten benutzt schock fast müssen aber hierüber ja ich weiß aber die gegner ja baue nix ich werde immer zählen metze naja metzl metzl boah wie du auf die andere Seite rüber man 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 alter guck das ist so geil mit klippeln ich habe eine haustöne gefunden ba 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 da hin ok ich glaube ja ja bei 50% ich weiß da oben ist das dinge was zum teufel machst du in deadlifts territorium kammerjäger ich habe hier ein paket unterschreiben mit dem größten vergnügen ja nur gut jetzt gegeben das paket so mußt ihr ganz schnell runter der typ ist ein arschloch ha 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 jetzt musst du nur noch die posse über das paket Das ganze Schiff verteilen. Deadlips Männer werden zwar pausenlos versuchen, dich umzulegen, aber sollen sie ruhig... Da ist drauf. Da liegt auch noch eins. Ist auch gut, du springst ja hin. Und es ist immer noch verwirrend mit diesem... Null Gravitation. Aber ist geil. Ja. Ich geh hier unten hin. Ich geh das, ich mach's schon hier. Mach doch. Da ist es. Ja, Luftreserver, 50%. 100. Gehst du hier vorne? Interessiert mich nicht, Flash, wie viel du hast. Trap Trap, komm, hilf mir irgendwas. Gib mir irgendwas interessantes, Kumpel. Oh, Feuer, pass auf, nicht in meine Richtung. Ich hab das schon. Ich hab's schon da geblieben. Weil er kombiniert aus zehn verschiedene Möglichkeiten und hat alles raus. Merk das schon, das nervt. So ein klein bisschen. Nö, ich find das funny. Nö, ich find das funny. Ja. Kann fair sein. Aber da oben. Voll getrocknen. Ich hab ihn gar nicht gesehen, ihr Typen hier. Wie kommen denn da hoch? Schon wieder so gepackt hier, ja. 咳. Hä? Äh. Die letzten Bilder waren überwillig, denn deshalb habe ich stattdessen ein Katzenbild genommen. Katzen mag jeder. Ja. Mit dem denn hier eingefroren? Ja.